Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zeug-O-Masso und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Suppen-PVP. Ja, eigentlich sollte ja Craftedoy jetzt kommen, aber gestern, in diesem Craftedoy-Video, habe ich ja gesagt, dass Craftedoy ausgestorben ist und dass ich jetzt anstatt Craftedoy bringe ich jetzt hier Suppen-PVP. Und ja, wenigstens geht es hier noch was ab, Alter. Aber auch nicht mehr so, ey. What the fuck, Alter. Ihr habt früher so Suppen-PVP hier gefeiert, Alter. Aber ich auch. Ich habe auch das früher gefeiert, aber da war auch mehr halt los. Mehr Menschheit war da. Und das hat doch richtig Bock gemacht, mit denen zu zocken, aber... Naja, man kann ja halt nichts machen, Alter. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Es gibt so viele andere Server, wo man das auch machen kann. BAM! Ja, komm, du Scheiße, Alter. So. Wir nehmen jetzt mal ein... äh... Nö, nö, nö. Wir können ja auch jetzt, äh, mal die ganzen Coins hier ausgeben. Achso. Ach, du Uhrenkind, Alter. Naja, das hast du nicht verdient, Alter. Ich habe gedacht, wir sind nach ein Team. Du willst deine ganzen schönen Tränke hier mal ausprobieren, ne? Ja, kannst du vergessen, ey. So läuft das nicht bei mir. Ja, und den nächsten Rang bekomme ich eh auf jeden Fall nicht, wenn hier wirklich keine Leute mehr spielen, Alter. Das ist echt... das ist echt traurig, Alter. Mann. Das kotzt mich an. Jetzt will hier auch wirklich echt keiner drauf zocken. Und, äh... Ich glaube, die ganze Menschheit ist einfach gegangen, seit PvP es nicht mehr gab und, äh, seit Quaftedoll einmal zugemacht hat. Es war ja in der Zeit, äh, kein Quaftedoll mehr. Und, ähm... Ja. Also, ich mache jetzt hiermit kein Frieden. Da ich jetzt mal ein paar Kills brauche. Dankeschön. Das ist einfach nur schwer, Alter. Das wollen hier einfach auch keine Leute mehr drauf, ey. Ach, meiner ist immer noch das härteste Kid, Alter. Zwei Hits bin ich down. Bam, Alter, komm jetzt. Ne, 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 Freund. Du kommst hier runter, Alter. So legen wir nicht... Ach, Mann. So, ich glaube, in der nächsten Folge, Leute, ne, da öffnen wir ein paar Kisten, hier. Äh, öffnen keine Kisten, mein Gott, ähm... Kaufen uns Kits, weil wir haben 5100... Hey! Ja, sicherlich. Fick dich doch in dein scheiß Anus, Alter. Wirklich. Was bist du... Ach, du scheiß unsichtbarer Fritzi, Alter. Ach, Mann. Verpiss dich doch mit deinen scheiß Pfeilen da oben, Alter. Wirklich. Ich komm gleich da hoch und... Knall deine Mutter einmal links und rechts, Alter. Nein, mach ich natürlich nicht, aber... Digga, wann stirbst du denn mal, Alter? Hast du Autosubs an? Ich seh dich gar nicht suppen, Alter. Hinter mir ist einer, ich weiß. Oh, verpiss dich. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, Alter. Das hat er doch nicht verdient, ey. So, der ist runtergefallen. Den snack ich mir jetzt eiskalt, Alter. Hier richtig, Alter, so in den Hintern reingestochen, Alter. Bis er hier richtig... Mal sein Ei nicht mehr ausbrüten kann, Alter. Das labere ich hier, Alter. Oh mein Gott, nass. Digga, was ist los mit dir? Jetzt fährt er seine Scheiß-Suppen nach und da hab ich ihn eiskalt 9 XP, Alter. Aber ein Auge juckt, no! Oh, fuck, ey. Digga, du wirst richtig fertig gemacht. So, da hab ich ihn. Da hab ich ihn. So, Leute. Aber, ich hab ja gesagt, 5 Minuten Videos. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Suppen-BVP. Oh, haut rein. Ciao. Und mit V hinter mir ist einer. Ich weiß. Und tschüss. Und mit V hinter mir ist, wenn es heißt Suppen-BVP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-VP-